Sind Sie Unternehmer? Welches Szenario kommt Ihnen bekannt vor? Dieses? Impulsive Reaktionen auf Herausforderungen, in der Hoffnung Treffer zu erzielen. Schnell eine neue Broschüre hier, die Website überarbeiten da und der Messeauftritt steht auch schon an. Oder dieses? Einen ganzheitlichen und organischen Ansatz von den Wurzeln bis zum Ertrag. Angefangen bei den passenden und richtigen Mitarbeitenden, weiter zum Stamm, die Ansammlung von Besonderheiten, welche sich auch differenzieren zu ihrer Konkurrenz, weiter hoch zu den Haupttesten, die strategischen Geschäftsfelder, dann zur Kommunikation, Verkauf, Marketing und so weiter, bis zu ihren obersten Ästen, also ihre Produkte und Dienstleistungen, welche einen Ertrag erwirtschaften. Sind wir doch ehrlich. Entweder Sie verpulvern weiterhin Munition oder Sie kommen auf direktem Weg zu effizienten Aussagen, also zu uns. Denn wir verhelfen Ihnen dazu, bei geringerem Werbeaufwand die Kommunikationswirkung zu steigern. Wir erarbeiten mit Ihnen Ihre eindeutige Positionierung über Ihre innere Werte, also authentisch von innen nach aussen. Und somit können Sie effizienter und erfolgreicher mit Ihren Agenturen arbeiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.